Einen scheißdreckigen Viecher, ey. So. Das hätten wir. Ja, greif ihn an. Greif ihn an. Greif ihn an. Ich helfe euch. So. Ha, leider müsst ihr mitleiden. So. Hier waren noch mehr Ratten. Und hier so ein Ghost. Ghostie. Ghostie, MacGhostie, Alter. Verpisst euch alle. Ich werde eh jetzt gewinnen, weil ich jetzt hier voll das drauf habe. Hoffe ich doch mal. Um endlich mal ein paar Experienzen hier zu kriegen. Zehn haben wir wieder. Sehr schön. Jetzt müssen wir sie auch nur noch behalten und nicht wieder verlieren. Aber das kriegen wir hoffentlich dann auch hin. Wenn die mich hier jetzt nicht allzu sehr vergiften. und mir das nicht allzu sehr schadet. Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht wieder ganz gut aus, Freunde. Es wird wieder ein Aufstieg. In unsere Minecraft-Karriere. Verdammt noch mal. Verdammt noch mal. Ich weiß ja nicht. So. Muss hier ja auch ein bisschen Spaß haben, ne? Soll ja nicht immer hier voll den Ernsten. Oha, tun die was? Huhu, tut ihr was? Stopps! Stopps! Nein, tun sie anscheinend nicht. Sehr gut. So, Level 11. Ich will jetzt mal probieren, ob wir wenigstens ein wenig was reparieren können. So, äh, ich wollte eigentlich nur ein oder ach, verhören, Mann. Ein oder zwei, ey, höchstens mitnehmen. Ich glaube, das zwei ist schon wieder übertrieben, weil sich das noch gar nicht wieder lohnt. Aber ich möchte auf jeden Fall ein bisschen was repariert haben, damit ich auf jeden Fall ein bisschen, ähm, dann halt auch was machen kann. Das wäre halt top. Das wäre halt beste. Beste wäre das. So, ähm. Hier ist noch so ein Schlangentier, das vergiftet doch auch nur, ne? Ja, cool. Das gibt nur leider keine Punkte, doch. Hey, ein. Komm, Level 12 will ich noch voll haben. Bevor ich in den Raum gehe. Jawohl. Ah, hier liegen sie, liegen sie anscheinend auch schon Eier rein. Aha, aha, aha. So. Level 19. Alter. Level 19. Da müssen wir noch ein bisschen was für... für, äh, haben. Level 12 haben wir. Wir müssen aber noch ein bisschen mehr haben. Dazu hoffe ich, dass wir das jetzt irgendwie, dass wir das jetzt schaffen, wenn wir hier ein bisschen was aufräumen. So leid es mir auch tut, aber ich brauche einfach diese Level momentan. Es nützt einfach nichts, hier einfach zu sitzen und nichts zu tun, sondern wir müssen das leider machen. Na, wir müssen es leider machen, damit wir halt diese Levels bekommen. um dann weitermachen zu können. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Tut mir das hier was? Oh, shit, 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 chill, 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 chill. Scheiße. Uh, mal gut, das hat mir nichts getan. Mann. Scheiße. Hier habe ich auch noch eine Craftingbox, ne? Aber mal gut, ich habe, glaube ich, kein Eisen dabei, weil ich es natürlich wieder zurückgelegt habe, in die Kiste, so doof ich bin. Alter. Alter, 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 Hilfe. Hier ist echt der Wurm momentan drinne. Wollte eigentlich sagen, komm, nimmst du auf, machst eine supergeile Folge oder so und machst irgendwie was vollgeiles, aber scheiß Minecraft und, äh, ja, macht mir halt wieder einen Strich durch die Rechnung und sagt hier, äh, äh, ist nicht. Dort machst du ganz sicherlich nicht, weil du das hier alles irgendwie verkackst. naja. Legen wir das erstmal dahin ab und machen uns erstmal schnell hier so ein bisschen was, ne? Dies, das. Äh. Achso, da habe ich auch nichts mehr von. Ein Glück. Legt doch ab, so. Das. Und dann machen wir uns mal schnell wieder ein Schwert. Das kann man so weg da, weg da, weg da. Äh, ja, hier, wir können uns da im Prinzip, äh, noch ein Schwert machen. Mit dem Scheiß und das kommt hier für die Knochen, Knorke, alles Knorke hier. So, das kann weg hier, das braucht man nicht. Äh. Ja, ich könnte natürlich auch hier so einen Block Stein da wegtun. Dann habe ich hier ein paar Knochen. Kann ich die natürlich hier nochmal mit reinpacken. Dann haben wir noch ein bisschen, äh, Dingsabumstermehl, Knochenmehl. Das wollte ich sagen. Und dann läuft das. Ich weiß nicht, warum sie mich jetzt nicht mehr angreifen hier. Ich habe einfach keine Ahnung, obwohl hier alles voll cool eingestellt ist gerade. Ah, naja, wenn sie halt nicht wollen, dann halt nicht, ne. Dann halt nicht. So, und ich hacke hier nochmal ein bisschen auf die Schweine ein. Wenn sie dann nicht weglaufen, ach, lauf doch weg, Mann. Das ist mir doch Wurst. Haha, Schweinewurst. So. Dann haben wir das. So, Level 12. Ende Level 12. Wir brauchen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, 19, ne. Sieben Level brauchen wir noch. Sieben Stück. Und das schaffen wir nur, wenn wir hier irgendwas machen, ne. So. Level 13. Level 13. 3 und 10. 13. Naja, aber es dauert halt ne Zeit. Und ich möchte halt auch nicht vorher weitermachen, wenn ich das halt weiß, dass das kaputt geht. Weißt du, weil das muss ja nicht sein, weil wir ja jetzt halt die ganzen Enchantment Sachen drauf haben, was natürlich auch draufbleiben soll. Das soll so draufbleiben, weil dann müssen wir das halt nicht nochmal neu machen. Verstehst du, oder? Verstehst du, wa? So. Auch wenn es hier gerade ein bisschen Waste ist, aber wir müssen es mal so, sag ich mal, machen. Was lauft denn alle weg von mir? Habt ihr Angst, oder was? Ist hier los? Oh, da ist gerade Bitchfight. 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 So. Ist natürlich auch ein bisschen Waste für das ganze Fleisch, was wir hier gerade eigentlich machen, ne? Tust du mir auch was? Wow, 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 wow. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, kaputt, kaputt mit dir, kaputt. Warte mal, was können wir denn hier raushauen? Ach komm, ein bisschen scheiß Holz, äh, hier, scheiß Stein und so, das brauchen wir ja nicht. Ist da voll der Waste, Mann. Können wir uns auch wieder aus dem Dingsens holen, ne? Sammeln wir lieber hier ein bisschen das ganze Gemüse ein, oder ist das gut? Oh, apropos Gemüse, ich muss schon wieder essen, ey. Ich vergesse es immer. Ich vergesse es einfach immer, ich weiß nicht, wieso. Voll schlimm. So, ein bisschen Fleisch. Level 15 sind wir ja schon, sehr gut. Sind bald da. Wir sind bald da. Wir hätten eigentlich schon dreimal da sein können, ne? Aber, naja, ich will ja auch nicht weiter drauf rumhacken. Aber ich bin halt manchmal ein bisschen doof. Na, mit den Monsters. So, Level 15, ey. Wird das noch schaffen? Ich weiß es nicht. Apropos, ich wollte euch eben kurz anmerken, meine neuen Sachen kommen bald. Das heißt, meine Videos sollten im Prinzip noch viel geiler werden, die nächste Zeit. Na, zwar vielleicht nicht unbedingt vom Inhalt, aber von der Qualität. Und auf die lege ich ja Wert, ne? Alles 180p, was natürlich im Moment bei den meisten ja überhaupt, äh, beziehungsweise eigentlich ja meist überhaupt Standard momentan mittlerweile ist. Aber, natürlich gibt es das auch bei mir. Na, alles schön durchgerendert und so. Und, äh, kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber das, äh, muss natürlich. Denn so, äh, ist das halt bei mir. Ich hab ja nicht umsonst das gemacht. So, Level 16, 16, 16. Schaffen wir Level 17, 17, 17. Level 17, oh, kein Platz mehr. Oh, nee. Warum schlepp ich einen Ei mit mir rum? Was ist das hier? Was ist hier los? Was ist hier los? Da hinten sitzt ein Kloß. Tut mir das was? Oh, böse. Nicht böse sein. Klar, hast du mich verstanden? Oh, ich wollte eigentlich sprinten, aber das macht man ja nicht mit der Steuerungstaste, weil damit man, zoomt man ja ran. So, wa? So, kaputt mit dir. Level 16, 17, 18, 19. 16, 16, 17, 17. Schaffen wir? Nein, schaffen wir nicht. 16, 16, 16, 17, 17, 17. Lauf nicht weg, du scheiß Kuh. Du machst doch eh nur Mu. Mu. Siehst du? Sag ich doch. Ach man, das dauert mir ja alles hier ein bisschen viel zu lange, ne? Aber wir müssen da nochmal durch. Es tut mir auch wahnsinnig leid. Und es wird natürlich auch nicht allzu spannend sein, natürlich. Außer, dass wenn ich krepiere. Aber was auch nicht spannend eigentlich ist, weil das ziemlich dumm ist. Aber dennoch, aber dennoch ist die Tür da hinten offen. Mach mal zu da. So. So, jetzt brauchen wir noch zwei Level. Zwei mickrige Level. Die müssen wir jetzt noch haben hier. Die müssen doch irgendwie noch drin sein, oder? Da hinten sind noch Schweine. Ich habe ja hier bei mir jetzt mittlerweile so langsam alle weggeschlachtet. Deswegen hüpfen wir mal hier eben rüber. So, und dann haben wir hier noch ein paar Schweinis. Ein paar Schweinis, ein paar Schweinis. So. Dann haben wir Level 17. Und dann wollen wir auch schnell Level 18 schaffen. Und Level 19. Damit wir dann endlich das hier fertig kriegen. Da läuft ein Creeper. Den schnappen wir uns natürlich gleich mal. So. Naja, wenn wir jetzt noch die Nacht einkehrt, dann können wir eventuell ja vielleicht noch ein bisschen mehr schaffen. Natürlich schnappt mich wieder hier so ein scheiß gammeliger Fisch, ey. Gammelfisch. Gammeliger Fisch. Hier war doch gerade noch irgendwie was. Au. Hallo, was greifst du mich denn an? Hast du irgendwie... Nein! Nein! Oh, Mann! Nein, warum? Warum? Ach, Mann, ey. Ich glaube, ich muss hier echt langsam gleich die Aufnahme einfach noch beenden. Und dann irgendwie nochmal neu starten. Damit ich hier einfach mal ein bisschen mehr Glück habe, ey. Das darf doch nicht sein. Mann! Scheiße, ey. Lass mich in Ruhe. Verdammt, ey. Och, nö, Mann. Das war jetzt echt voll uncool von dir. Ich hab dir noch nichts mal getan und so. Und, ey, nee, ey. Nee, ey. Einfach, nee, Mann. Alter, wenn er mir jetzt die ganzen Levels weggenommen hat. Ey, ich schlag ihn eine rein. Kollege. Nur damit du Bescheid weißt. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, du da. Genau du brauchst gar nicht so doof zu gucken, Mann. Leicht aggressiv momentan hier. Ja, toll. Level 5, Mann. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Naja, Freunde. Ich werde hier erstmal wieder die Monsters eben kurz einschalten für eine Runde. Mann, nee, ey. Nee, ey. Nee, ey. Es darf doch einfach nicht sein. Es darf einfach nicht sein. Die krepieren wir gleich auch sicherlich. Ha! Verarscht, Kollege. Verarscht. Verarscht. Au! Ich brenne. Doch nicht mehr. Glück gehabt. Huh! Ha! Aua, aua, aua. Ich bin gleich wieder tot, ne? Nur mal so, damit ihr es wisst und so. Hä? Trifft er mich unter Wasser auch? Ist der irgendwie durch oder was? Ich verschwinde erstmal von hier. Schließ mich jetzt nur noch einen Raum und mach nix mehr. Ich atme nur noch. Ja, aber Leute, das gehört nun mal auch dazu. So eine Downtime. Aber das wird hoffentlich in der nächsten Aufnahme-Session wieder besser. Aber bis jetzt... Nein! Nein, ich verpiss mich. So, und zwar beende ich auch gleichzeitig die Aufnahme. Also, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen, wenn es euch doch ein bisschen gefallen hat. Was ich natürlich irgendwie nicht sogar recht hoffe. Aber wenn es trotzdem der Fall ist, bitte macht den Daumen hoch oder abonniert mich, kommentiert mich. Oder solche Geschichten ganz einfach. Und es würde mich wahnsinnig freuen nach dieser Aufnahme. Es ist natürlich nicht so grandios gelaufen, wie ich es mir hätte gewünscht. Aber natürlich ist das auch mal dabei. Na gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!